Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de Ihrem Online-Outlet für Marken-Relax-Sessel heute im Test für Sie ein Himmola-Sessel 7805 S-Launcher in Longlife-Leder-Eis elektrisch verstellbar mit drei Motoren übersichtliche Fernbedienung magnetische Halterung hier am Metall finde ich gut sieht auch noch schön aus sehr schmale Armlehne, Grazil gehalten hier unten, das sind die Schnelltasten die wichtigste Taste, diese da kommt zuerst das Fußteil raus Mikro, da kommt zuerst das Fußteil raus und dann geht der Rücken runter Sie brauchen also gar nichts tun außer zu warten jetzt kommt auch das größte Manko des Sessels die Armlehne sind mir hinten etwas zu kurz, ich habe schon noch Auflage aber wer gerne ganz hinten liegt der hat hier ein bisschen ein Loch das kann man bemängeln hier der obere Rücken kann man separat verstellen ich merke, der Sessel ist recht groß ich denke, das dürfte large sein oder annähernd large auf jeden Fall passt er für mich ideal so und dann kann man ihn natürlich auch wieder rein fahren nur der obere Rücken der geht nicht mit diesen Schnelltasten das geht immer extra hier das ist komisch ein bisschen aber okay, da will wahrscheinlich jeder individuell sitzen und warum kommt jetzt der Rücken nicht weil ich die falsche Taste drücke meistens liegt es am Bediener so, jetzt was kann ich noch sagen ich muss erstmal in die Ausgangsstellung drehbar natürlich guter Sitzkomfort eher etwas fester nicht so soft grazile Wirkung optisch ansprechend tolle Funktion keine Herzwaage keine Aufstehhilfe hat dieser Sessel aber es ist elegant und Sie haben viel Platz in der Länge also wenn Sie sowas suchen wir haben gerade dieses Stück bekommen als Schnäppchen für 1.350 Euro plus 99 Euro Versand schauen Sie unter profischnapp.de ob es noch da ist und dann nichts wie rein in den Warenkorb und wir freuen uns wenn Sie uns hier in 7286 Empfingen 30 Minuten vom Autobahnkreuz Stuttgart weg an der A81 A81 Bonsee Autobahn mal besuchen Dankeschön abonnieren Sie unseren YouTube Kanal habe ich schon gesagt ja und tschüss Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de bis Oktober 8 bis Oktober 6 bis ... Bis Oktober bis Oktober bis Oktober Fung 401 1 Du